Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder BILDNER TV und ihr habt wieder Fragen an uns gerichtet, die wir gerne beantworten wollen. Heute geht es um die Google Foto App und zwar wie man da Fotos in ein passendes Album verschieben kann. Da gibt es nämlich verschiedene Wege und die Wege möchte ich euch gerne zeigen in diesem Video. Gleich geht's los. Ich bin der Thomas. Schön, dass ihr hier seid. Hier ist BILDNER TV. Wir sind euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Wir steigen gleich wieder ein und zwar in eure Zuschauerfragen. Wie gesagt, es geht um die Foto App von Google und in die steigen wir als erstes ein. Das heißt, ich gehe in meinen Google Chrome Browser und gehe hier, angemeldet bin ich natürlich, über die Google Apps zu Google Fotos. Da haben wir eine Frage bekommen, wie ich denn ein Foto in ein Album verschieben kann und nicht nur archivieren. Denn es gibt nämlich eine Auswahlmöglichkeit. Da glaubt man, man kann das Foto nur archivieren, aber da muss man ein bisschen anders klicken. Dann kommt man auch in die Alben, aber ich zeige euch das Schritt für Schritt. Zum Beispiel, wir haben hier dieses Video. Das markiere ich jetzt mal ganz kurz. Und dieses Video möchte ich gerne in unser Album verschieben, unser Traumurlaub. Das Album haben wir schon angelehnt oder angelegt. So, wenn ich das jetzt markiere und gehe hier auf das bekannte Auswahlmenü, dann habe ich keine Möglichkeit, dieses Video oder dieses Foto, egal was, also das Ausgewählte, in ein Album zu verschieben. Ich habe nur die Möglichkeit zu archivieren. Das will ich aber nicht. Und auf das bezieht sich die Frage unseres Zuschauers. Also, wie kann ich das in ein Album verschieben und eben nicht archivieren? Dazu muss man ganz einfach dieses ausgewählte Video nicht hier über das Auswahlmenü quasi verschieben, sondern, was vielleicht auch ein bisschen irreführend ist, hier über das Pluszeichen, über hinzufügen. Jetzt kann ich ein Album auswählen. Das heißt, ich wähle hier Album aus und jetzt kann ich sagen, in unser Album, unser Traumurlaub, bitteschön. Habe ich gemacht und jetzt sollte dieses Video auch in unserem Album, unser Traumurlaub, mit dabei sein. Genau, hier ist es unten mit angehängt. Passt nicht ganz, denn das ist Italien und das ist hier Österreich, aber als Beispiel war das ganz hilfreich. Das wäre der eine Weg. Es gibt aber auch noch einen zweiten Weg dazu. Und zwar könnt ihr einfach das entsprechende Foto oder Video anklicken und jetzt, komischerweise, geht es über das Auswahlvideo. Jetzt könnte ich sagen, zu einem Album hinzufügen. Also jetzt habe ich nicht nur die Archivieren Möglichkeit, sondern eben auch zu Album hinzufügen. Warum auch immer das so unterschieden wird, aber es ist so. Und diese zwei Wege wollte ich euch eben gerne zeigen. Was habt ihr noch für Fragen rund um die Foto-App von Google? Am besten gleich hier unter dieses Video schreiben. Gleich habe ich aber noch einen Tipp für euch. Also schreibt jetzt schnell einen Kommentar unter dieses Video. Ihr nehmt zum einen am Gewinnspiel teil und vor allem an dieser Stelle klickt euch mal durch unsere Seite bildnerverlag.de. Da findet ihr jede Menge Bücher aus unserem kompletten Verlagsprogramm. Aktuell zum Beispiel Android 14, der schnelle Einstieg für alle, die mit Android arbeiten. Also für alle Geräte, die Pixel, Nokia oder Motorola sind und eben für alle weiteren Geräte, die mit dem purem Android arbeiten. Auf bildnerverlag.de mehr Infos dazu. Und am Kauf von einem unserer Bücher könnt ihr auch unsere Arbeit hier mit dem Video sehr gut unterstützen. Und ich finde, so ein Buch wie das Android 14 ist das perfekte Geschenk, wenn man weiß, da hat sich jemand ein neues Smartphone zugelegt, das eben Android 14 schon nutzt. Wir schauen mal kurz zurück zu unserer Google-Foto-App, denn einen Tipp habe ich noch für euch. Und zwar werde ich auch immer gerne gefragt, kann ich denn ein Foto auch in mehrere Alpen packen? Natürlich. Und ihr könnt mit wenigen Klicks auch dieses Album ganz, ganz schnell erstellen. Ein neues zum Beispiel jetzt in unserem Fall. Wir nehmen wieder hier unser Video. Das wähle ich aus, indem ich hier diesen Haken aktiviere. Dann nehmen wir noch ein paar Enden dazu oder Apple in unserem Fall und diese zwei Ansichten. Also Querbeet habe ich immer jetzt ein paar Fotos ausgewählt. So und die kann ich jetzt ruckzuck alle in ein neues Album packen, auswählen. Ihr geht auf das Pluszeichen, geht auf Album und geht hier auf Neues Album und dann wird sofort ein neues Album erstellt. Gebt dem Ganzen auch gleich einen Titel. Traumtag in den Bergen. Klingt doch schön. Bestätige das Ganze und das Album ist auch schon fertig. Was allerdings nicht geht, dass ich mir ein paar Fotos aussuche und die gleichzeitig in mehrere Alben teile. Also man muss das immer peu à peu machen. Ich zeige euch das mal kurz. Wählen wir noch ein paar schöne Urlaubsfotos aus. Also diese hier. Wollen wir mal diese fünf. Und jetzt gehe ich wieder. Also ich habe sie markiert. Gehe hier auf das Pluszeichen und gehe wieder auf Album. Und jetzt kann ich eben nicht gleichzeitig mehrere Alben auswählen, wenn ich denn das möchte. Geht leider nicht. Sondern ich muss mir entweder ein Album auswählen oder ein neues Album eben erstellen. Aber gleichzeitig in mehrere Alben diese Fotos zu hinterlegen, abzuspeichern, das geht leider nicht. An dieser Stelle habe ich noch einen Tipp für euch. Und zwar könnt ihr euch gleich weiter informieren in Sachen Google Foto App. Und zwar wie ihr am besten die Foto App mit Drive synchronisiert. Das erfahrt ihr in diesem Video. Blenden wir euch ein. Und dann sehen wir uns eh schon bald wieder. Hier bei uns bei Bildner TV. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch.